Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas länger ersehnten Folge. Und zwar geht es hier wieder ums positive Denken, um positive Affirmationen, zum Beispiel am Morgen. Das Format, die Reihe heißt ja auch Mentales Training am Morgen, aber eigentlich geht es darum, ich weiß nicht, ob du jetzt eine spezielle Morgenroutine hast oder ob du sagst, du setzt dich lieber abends hin und machst abends deine Zeit für dich oder mitten am Tag zwischendurch. Und du kannst dann diese Audio entweder bewusst laufen lassen oder dich bewusst hinsetzen und da auch reinspüren oder vielleicht auch einfach unbewusst oder nebenbei, wenn du dich fertig machst, dann, wenn du das auch öfter machst und sich diese Gedanken dann auch in dein Unterbewusstsein reinpflanzen können, hat das auch schon einen ganz, ganz großen und ganz positiven Effekt. Genau, dann würde ich sagen, los geht's. Ich bin dankbar für diesen neuen Tag. Ich bin dankbar für die Energie, die durch mich hindurch fließt. Ich bin dankbar für all das, was ich bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich meinen Körper spüre, meinen Herzschlag, das Pulsieren, Vibrieren und Schwingen. Ich bin dankbar dafür, dass ich mal fleißig und dass ich mal faul bin. Ich bin dankbar für die Liebe in mir und auch für die Angst. Ich bin dankbar für meine Mitmenschen, für diejenigen, die mir Liebe zeigen und für diejenigen, durch die ich mich selbst besser kennenlernen darf. die mich spiegeln, die mir Teile meines Inneres zeigen. Ich möchte das Leben leben, was mein Herz zum Singen bringt. Ich möchte verantwortlich sein für die Entscheidungen, die ich heute treffe. Ich möchte Verbundenheit spüren. zum einen die Verbundenheit zu meinen Mitmenschen, aber auch die Verbundenheit zu den anderen Lebewesen, zu der Natur und auch die Komplexität meines Daseins, meiner Emotionen, meines Fühlens, all der Gefühle. Ich bin dankbar für diesen Moment. Ich bin dankbar für diesen Moment. und ich bin dankbar für den Moment, der kommt. Ich liebe die Leichtigkeit und ich liebe die Herausforderung. Ich bleibe mir heute treu und bin mir selbst mein bester Freund oder beste Freundin. Ich erkenne meine Einzigartigkeit und möchte mich komplett annehmen. Ich bin dankbar für meinen Weg Schritt für Schritt und für den Fluss, der mich leitet. Danke. Das waren sie. Ein paar positive Gedanken für dich. Gedanken, die mir helfen und mich unterstützen und die vielleicht auch dir Hilfe und Unterstützung sein können. Wenn du diese Aufnahme, also den Hauptteil, ohne das Intro und das Outro haben möchtest, weil du es dir zum Beispiel als Wecker-Ton einstellen möchtest, dann kannst du mir sehr gerne schreiben. Meine Kontaktdaten findest du in der Infobox und dann kann ich dir das schicken. Genau. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das wird wieder ein mentales Training am Morgen aus der Reihe. Eine Folge werden sehr wahrscheinlich. und genau, dann möchte ich auch noch mal ganz, ganz kurz sagen, wenn du Näheres zu meinem Online-Programm wissen möchtest, das besteht aus Tanz, Yoga und Persönlichkeitsentwicklung, dann schau doch auch mal bei meinen sozialen Medien vorbei oder schreib mir. Ja, dann kann ich dir auf jeden Fall mehr Infos geben. Liebe Grüße, hab eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020